Ob man nun Bilder malt oder nicht, was anderes macht, Ingenieur oder Doktor, jeder hat die Geschichte zu erzählen, mehr oder weniger. Und diese Geschichte ist sein Leben und die nimmt Einfluss auf das, was er tut auch. Und bei Malern, die sich bildnerisch äußern, vielleicht ganz besonders. Also ich bin kein Aspartamaler, habe das zwar versucht, von meiner Lehre her, von einem Lehrer her an Trier, aber ich bin dann eines Besseren beraten gewesen, die innere Stimme hat gesagt, mach Schluss damit. Und fast damals das Anachronismus galt und seit der Zeit war ich etwas, das man erkennt, egal wie. Und diese drei Themen sind immer noch meine Themen. Aber was mir ankommt, ist wie ich das kann. Und das entscheidet im Laufe der Zeit, das haben wir hier sehr gut sehen, gibt es sehr verschiedene Formulierungen für den Gleichgewicht. Und diese Formulierung, lasst mich das noch zu Ende sagen, ist leicht irritiert. Also mich irritiert es enorm, ich habe Angst vor solchen Ausstellungen, weil 40 Jahre, hier sind es zum Glück nur 40 Jahre, das könnte auch 55 Jahre sein, wenn so lange ich habe, ich habe Mülle. Da kommt natürlich einiges vor und es kommt viel Unverständnis vor, es kommt Missverständnis vor. Es gibt auch schlechte Mülle. Und am besten ist ein Künstler immer bedient, wenn er das frisch aus dem ATW an die Wand hängt in der Galerie, dann muss er sich nicht verantworten für das, was er gemacht hat in der Vergangenheit. Bei solcher Vorstellung ist es nicht möglich, weil der Herr Hesse möchte natürlich das zeigen, wofür er Geld bezahlt hat, berechtigterweise, egal was ich dazu habe zu sagen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, hör mal, ich habe mich damals geirrt und nehm den Pinsel und überstreicht das. Also ich muss mich stellen. Ich bin ja sehr im Prinzip immer mit dem beschäftigt, was gerade anliegt. Und natürlich, das, was ich mache, hat immer zu tun, was ich schon gemacht habe in der Vergangenheit. Und hin und wieder kommen Dinge aus der Vergangenheit, die ich vergessen hatte, dazu vergessen habe. Die ziehe ich dann vor und die werden dann geprüft und die werden analysiert und aus und stehen neu ab. Manchmal passiert das auch nicht, dann bleibt es lange verschont. Und zum Beispiel, als ich angefangen habe mit diesen Remixbildern habe ich ganz bewusst das betrieben, was ich jetzt gesagt habe. Also ich habe nicht chronologisch, sondern wie es gerade so kam, sage ich mal, Bilder genommen und habe die karikiert, habe die wieder gemacht. Nicht, weil sie schlecht waren damals, sondern weil sie wichtig waren in meiner Arbeit und für mich im Moment auch. Ob das vorteilhaft ist für die Bilder aus der Vergangenheit, dieses Remixbild, kann ich nicht beurteilen. Und bisher, meine ich, hat das schon einen Sinn gemacht. Und bei diesem Vorgang, bei diesem konzeptionellen Vorgang, habe ich mich natürlich auch aus Unsicherheit, denn alles, was man macht, ist irgendwie mit Unsicherheit verbunden, versichert in der Geschichte, in der Kunstgeschichte, gibt es das Schock. Und wenn es fatalerweise gegeben, hätte er dies nicht gemacht. Aber es hat es nicht fatalerweise gegeben, sondern immer nur seriöserweise. Das ist zum Beispiel etwas, etwa Munk, den ich sehr von Anfang an verfolge, hat einfach seine Heirats mehrfach gemacht. Der zweite, den ich sehr beschätze, ist Andy Boren. Und er hat nicht gewusst, als er starb, dass er schon ein Alterswerk geschaffen hatte, denn er war relativ jung. Er hat seine negativen, von den negativen, die er damals verwendet hat, in Berlin und dergleichen, hat er die negative gemacht. Aber auch die sind formal vollständig anders. Und der Anlass war auch nicht anders. Also ich versuche, möglichst nichts zu interpretieren. Also nicht erst interpretiert, nicht tätig zu sein, sondern wirklich etwas Neues zu entwickeln. Es ist angetreten, als Student, als Schüler und danach im Ostpolitik zunächst, bin ich ja als Gesellschaftsdiener zu werden. Und als Künstler ist, wie jedes Mitglied der Gesellschaft, da einen Beitrag zu liefern für diese Gesellschaft. Und im Osten hieß das Antifaschismus und so weiter. Und daran, an dieser Meinung, an dieser Doktrin noch mal, hatte niemand den geringsten Zweifel. Es gab höchstens Ähnungen, dass man die Sachse, er sollte man die Kirche nicht auch einbeziehen und die Religion und so weiter. Und vielleicht auch seine Völker einbeziehen und vielleicht nicht auch Fidel Castro einbeziehen und so. Also Ähnungen gab es. Aber der Grund, der immer war, immer der gleiche. Und dann habe ich da hinten mitgemacht als Student an diesem sozialistischen Prinzip. Und im Westen gab es das sozialistische Prinzip nicht. Aber es gab das Gegenteil davon. Die totale Umkehrung. Die sogenannte Freiheit. Mein Lehrer, mit denen ich heftigste Auslandersetzung hatte, weil ich wollte es immer wissen, auch in der Rede, sagte, was Sie da machen, ist Alakonismus. Alle Türen sind offen. Die Autos haben weiße Reifen inzwischen, sind amerikanisch. Und die Bacons sind bunt und wir leben in einer anderen Welt und wir beginnen gerade mit einer neuen Freiheit und so weiter. Und mir ging es ganz schlecht, weil ich hatte nichts zu weisen. Ich hatte eine schlechte Wohnung. Ich hatte nichts anzuziehen. Ich hatte sogar kurzzeitig mal Hunger, Koma. Ich fiel einfach um, weil ich nichts gemessen habe. Also ich wusste von dieser Freiheit zwar um mich um, aber konnte irgendwie mich daran teilnehmen. Und das war einfach die totale Umkehrung vom Osten her. Irgendwann habe ich gesehen, dass das Ganze ein böswürdiger Mensch hat, das mit der Politikität. Und weil ich künstlerlich überhaupt nicht zählte. Andere Künstler wussten schon vor mir. Nur ich hatte einen schwierigen Weg, um das zu kapieren, was da gemeint ist. Das ist natürlich das Einfachste, wenn man sagt, man ist einmalig und man ist Künstler, das einmalig und verdaut. Und du kannst alles ausgehen. Du kannst ohne Hose in der Stadt rumlaufen. Du kannst alles sagen, was du willst. Bravo. Also es begann ja so, ganz schlicht und einfach, ohne Hoffnung. Ich hatte also eine Reihe Bilder gemalt, damals noch in Berlin. Und eine Hoffnung, eines davon, zu verkaufen oder loszuwerden, die war gleich null. Und es ging auch ein paar Jahre so mit null. Und dann ging es nur vernünftig. Freunde, rechts und links, die hatten schon ein bisschen Geld, weil der eine hatte Medizin studiert, wurde dann Assistenz abzuzockt. Es kamen einige Sachen unter die Leute. Und zunächst war ein Haushaltsdenken gar nicht nötig, weil es lieb das meiste da. Also das Atelier war immer voll. Und wenn sie wollen, das Lager war voll. Und viele Umzüge haben stattgefunden mit diesem vollen Lager. Und erst ab 1980, durch den amerikanischen Künstlern, hat sich das verändert. Und dann war es manchmal wirklich so, einfach zu spät, dass nichts da nah gefahren war. Und ganz bestimmten Dingen, zum Beispiel, es gab einen Kunsthändler, der kam 1970 und hat 40, 40 Heldenbilder gekauft, für 20.000 Mark, von denen er 18.000 gekauft hat, zwei Stunden mehr. Aber es ist ungefähr 400, 500 Mark das Bild. Das heißt, es war ein großer Erfolg. Aber dann waren die Bilder weg. Und wenn jetzt auf Auktion so etwas auftaucht, das muss man auch bedenken, ist der Künstler, selbst wenn er sehr viel verdient, zahlt er auch selten Steuern, nicht in der Lage, das zurückzukaufen, weil die Preise sind zu hoch. Ich muss das ja mit dem, was ich einnehme, irgendwie in den Eintrag bringen. Und das funktioniert nicht. Weil in der Galerie Rohrmatsch, wie Sie sagen, kostet ein Bild, sagen wir mal 200, 300 oder 400.000. Und in der Auktion kostet es dann 1 Million. Wie soll das gehen? Also es geht nicht. Aber mir war eigentlich immer daran gelegen, dass die Sachen doch, die ich mache, dass die unter die Leute kommen. Man will sich doch, also jetzt ohne Zivilismus, ich mache doch nichts für mich daher und sitze da auch, sondern ich mache doch etwas, um mich zu zeigen und um das zu zeigen, von mir aus, was ich geleistet habe oder kann. Und vor allen Dingen stehe ich an einem starken Konkurrenten-Druck. Es gibt ja die Inhalten von Ihnen, Kollegen, die alle besser sind. Und jetzt muss man ständig, muss man sagen, allein. Ich habe auch etwas zu sagen. Aus diesem Ehrgeiz entsteht ganz viel Lustiges. Irgendwann war ich und ich denke viele andere auch Künstler nicht mehr bestimmt von der Besessenheit, dass es ein Ziel gibt und einen richtigen Weg dorthin. Dass eine Doktrin herrscht, der man nachhängen muss, die man befolgen muss. Und zu meiner Zeit, als ich anfange, war, das war eine sehr Doktrin geprägt, die biologisch geprägt hat gezeigt. Und zum Beispiel sitzt dort ein ehemaliger Galerist bei dem Blog, der weiß genau, wovon ich rede. Es gab welche, der recht und andere, die waren, egal was sie taten, sagten auf der Verliererseite. Ich gehörte zu denen auf der Verliererseite. Weil der Mainstream ging andersrum. Und das war natürlich nicht eine leichte Entscheidung. Man stellte sich einfach, man klammerte sich aus. Es war ja eine Absicht. Nicht, weil ich nicht verhöhnt war im Kopf, habe ich nicht teilgenommen, sondern weil ich stur war und etwas anderes war. Ich wusste es sozusagen besser. Aber auch die Besserwisserei ist so ein Faktor. Der zählt nur dann, wenn man Dokumente schafft, also wenn man Bilder macht, hat man nur gute Sprüche drauf. Und keine Bilder mehr. Dann kann man jederzeit die Kleider wechseln. Man hatte ja vorher gar nichts an. So ungefähr. Und irgendwann, ich weiß es nicht mehr, ich würde sagen, es hat auch vielleicht mit der Biologie zu tun, vielleicht war es ab 50. Jahr. Irgendwann verlor sich, nicht durch Erfolg bedingt, sondern andersrum durch Denken, verlor sich diese Pression, diese Doktrin, diese ideologische Pression. Weil inzwischen tauchen Künstler auf neben mir, meist in Auktionskatalogen sieht man das sein, friedlich vereint, die mit dem Mainstream gar nichts zu tun hatten. Und trotzdem kosten die plötzlich Millionen und das tun sie immer noch. Also, letztlich hatte keiner Recht. Sondern jeder, der was anfing und was machte, und je extremer einer Recht was war, umso besser, behielt Recht. Und das ist bis heute so geblieben. Und das betrifft natürlich auch die eigene Arbeit. Die Umkehrung war ein ganz entscheidender Punkt, weil einfach eine Konvention wurde beiseite geschoben durch diese Umkehrung. Es war nichts als die Konvention. Ich habe immer nur geguckt, wo wird man eingeengt? Wo gibt es eine Konvention, wo gibt es ein Verbot? Kann ich das wegtun? Das ist übrigens ein guter Leitfaden zum Arbeiten. Man muss da hinunter machen. Das macht man ja heute. Das sogenannte Sozialverfahren ist ja sowas ähnliches. Betrifft nicht die Mahler, aber betrifft das soziale Verhalten. Und mit den Remix, das erste Bild, typisch würde man sagen, was ich den Remix sag, bei der Große Nacht im Eimer. Weil die Große Nacht im Eimer ist eine ganz einfache Formulierung. Eine sehr eindeutige Formulierung. Die Farbe ist ja ganz einfach und so weiter. Die haben einfach Grundfarben, die da drauf sind. Also dieses z.B. Kaputmorto, da in so eine Büchse und Fodenschacke. Dort sind da zurecht gemischt. Vier, fünf Farben. Hab den Daimler auf den Boden gelegt. Und hab ohne Foto, also ohne Reposition, das Ding aus dem Gedächtnis gemacht. Und es wurde, als es dann aufgestellt hat, im heißen Detail, was du willst, war das zu einer Art Karikatur. Und ich hab am Anfang gelacht und dachte, nein, was ist das? Aber es funktioniert. Und plötzlich war es ein Bild. Und keine Karikatur. Und da ist keine Erfahrung, die sagt, ja, ist okay. Eine Freundin, ja, ist okay. Und so. Das ist ja nicht genau. Also es wurde, sagen wir mal, willkürlich betrieben und dann vorsichtig vorgezeichnet. Und ich male heute, um kurz noch mal hier fragen zu werden, verschiedene Dinge parallel. Es ist ja so, bleib mal bei den Künstlern. Die Künstler haben oft einen politischen Stoff, ein gesellschaftliches Anliegen, was sie verhandeln. Und dieses gesellschaftliche Anliegen, dieser politische Stoff beschäftigt sich meist mit der Vergangenheit. Wo es leicht ist, den Guten zu spielen im Nachhinein, im Besser-Besserei. Und in Deutschland ist es besonders übel, dieses Beschäftigten mit der Vergangenheit. Weil, als der Krieg zu Ende war, war ich acht Jahre. Also ich wusste von der Geschichte. Ich war betroffen von der Geschichte. Aber ich konnte nichts dazu nehmen. Und ich habe nur, das Verhältnis zu meinem Vater, sagen wir mal, die Verhältnisse zu dem Vater sind oftmals problematisch. Ob der nun in der Kirche war oder Nazi war oder irgendwas anders, weiß nicht, problematisch sind so oft. Wenn eine politische Belastung noch dazu kommt, die eine Gemeinde in der Gesellschaft als Vorwurf bilden, sogar als Verbrechen, dann ist es ganz leicht zu sagen, ade. Anderswie habe ich mich politisch eigentlich nie engagiert, außer dass ich gesagt habe, Kommunismus, Sozialismus ist ein großer Beschiss, ein großer Problem. Und da habe ich von mir selber gesprochen, weil ich habe es erlebt. Und da stand ich ziemlich alleine, weil da die Gesellschaft wiederum, den sogenannten 68ern, die waren ja alle wenigstens zumindest. Und die waren Israel feindlich, zumindest. Und Amerika feindlich und so weiter. Und das hat bis heute angehalten, weil die Leute haben zwar inzwischen weiße Haare, aber vernünftig sind sie nicht geworden oder weiße sind sie nicht geworden. In Mahler hat es furchtbar reichen. Wenn er das, was seit Inhalt ist, das geht von der Geburt an, dann füllt sich der Kopf mit diesen Inhalt. Wenn er das benutzt, da kommt alles vor. Da kommt alles vor. Nur ist es sehr intim, letztlich. Es ist sehr privat. Und wenn es privat genug ist, komischerweise interessiert es auch meist die Öffentlichkeit. Weil ich habe ja bald kennengelernt, amerikanische Künstler, zum Beispiel Horstberg, der ein bisschen älter war als ich. Und sozusagen, und Dromli und die haben sozusagen eine normale Schule besucht, eine normale Ausbildung gehabt. Und haben aufgenommen, was in sie eher eingestopft wurde. Und haben daraus was genannt. Solche Einstellungen, also so eine Aufnahmefähigkeit, so ein großes Verhältnis zum Leeren, ist in Europa in Deutschland eigentlich zu meiner Zeit niemandem gegeben gewesen, weil der Widerspruch war enorm, der gründete Widerspruch. Und das hat bei mir eine sehr heftige Renitenz erzeugt. Die habe ich eigentlich beibehalten, weil diese Diskussion ist ja immer noch nicht zu Ende. Also es gibt, egal wo man sie jetzt führt, ob am Stammtisch oder in der Öffentlichkeit oder wie auch immer. Es ist einfach ein ständiges, ständiges Thema. Aber es ist auch gut so. Denn wenn ich denke, wo kommen denn diese vielen interessanten Deutschen, er hat nur Teil gesagt, Künstler, österreichische Künstler, bitte nicht ausschließen, österreichische Künstler her, die kommen ja genau aus diesem Konflikt. Denn Franzosen habe ich lange keine gesehen, die auffällig werden. Wirklich nicht. Italiener auch nicht. Meine Generation und danach eigentlich wurde es immer dünner. Und der Schulbesuch funktioniert bei mehreren Arbeiter. Aber auch da, muss ich sagen, ist es nicht ganz so interessant. Also es ist eigentlich wirklich so, dass der alte Stoff, die alte Geschichte immer noch, Sie haben gesagt, am Köcheln gehalten wird und das lohnt. Ich war ja meine Eltern zum Beispiel auf dem Boden. Das heißt, ich ziehe mir jeden Morgen so wie ein Fließendecker, so Kupfen, wie die Dinger für die Knie, so Schützer und grauche dann zwei, drei Stunden auf dem Boden. Und dass ich danach Probleme habe, wieder aufrecht zu gehen, ist verständlich. Weil ich bin einfach umsetzt. Aber was soll ich jetzt machen? Ich war in der Nacht für den Pfiffen-Doktors-Gespräch. Sie kennen Chuck Lewis, hoffentlich. Und ich war bei ihm im Atelier und er sitzt ja im Rollstuhl und ist eigentlich total bewegt. Er kann zwar reden, mühsam, aber er kann seine Hände nicht bewegen und so weiter. Jetzt malte Bilder. Riesenbilder. Gute Bilder. Erkennbar ist nicht durch Projektion, sondern durch Handarbeit. Jetzt hat er, und das ist so. Jetzt hat er die Gerätschaften an seinen Händen, an den Rollstuhl, wo er alles das, was arbeitsmäßig möglich ist, bewegt. Als ich das Riesenbild verschwindet, wenn der Fußball da oben aufkommt. Und dann malte er ein paar Zellen, ein Prismen, weil sein Radius reicht nicht weiter. Er kann nicht so machen, wie ich soll. Er kann nur ein Blatt. Und dann hat er so ein System ausgedacht, wie er mit diesen Prismen, mit diesen Rastern sozusagen, eine ganze Leine anfüllt, ein Porträt-ähnliches oder ein Porträt-Malz von einem Front. Und das ist für mich unglaublich so was. Wenn man den jetzt nach dem Alter fragt, verübrigt sich, weil er ist ja eigentlich gar nicht mehr da in seiner Vorstellung. Also es spielt keine Rolle. Es spielt wirklich keine Rolle. Wie haltet man das? Interessant ist, wenn man das Alterswerk, und das mache ich schon immer eigentlich untersucht, von anderen. Also ich war als Städter an der Schule, da muss ich Geld verdienen. Da habe ich eine Ausstellung gemacht, Max Brechtler. Und zwar der frühe Max Brechtler. Und der frühe Max Brechtler, offensichtlich im Armerkünstler, war der späte Max Brechtler auf der Rückseite der Bildung. Und da ich Werder war, konnte ich die Bilder anfassen und rumkriegen. Und da konnte man ganz eindeutig feststellen, dass der frühe Max Brechtler in Brücke-Mitglied war. Und insofern ein interessanter war. Für mich damals jedenfalls als Expressionist. Und der späte Experte auch. Weil die Brücke hat sich aufgelöst und geworben. Und dieses ist natürlich nicht angeblich, wenn man so etwas sagt. Und das, jetzt kann man schlecht, kann man sich, kann man verhindern bei sich selber, dass man schlecht normal hat. Aber wenn man es weiß, dass das sein kann, ist es eigentlich schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also wenig sauchen und wenn es geht irgendwie und so weiter und so weiter. Also diszipliniert sein. Und wirklich nicht nachlassen. Alles, was da oben stattfindet, muss irgendwie zu Papieren. Ich tüftel nach wie vor an Müllmodellen rum, die ich schon lange im Kopf habe, aber noch nie bewerkstelligt habe. Und mein Neues, mein Projekt, an dem ich jetzt arbeite, ist, früher gab es unbewusst, von mir nicht kontrollierte Probleme, indem ich Farben mit, alle Farben, Buntfarben mit Weiß zum Gestalten. Wenn man das tut, das kann man nebenan sehen, da ist es bewusst gemacht, wenn man das tut, hat man eine Harmonie-Soße zunächst mal. Und die Kontraste muss man dann anders wieder einbringen, das kann man auch da sehen. Wenn man es bewusst macht, oder wenn man es unbewusst macht, macht man etwas ganz Schlechtes. Und ich kann das selbst kontrollieren. Ich sehe meine Güle, woran hakt das Bild vor uns, das Bild so laut, alle Farben mit Weiß vermischt. Dasselbe kann man natürlich tun, wenn man alle Farben mit Schweiß vermischt, sind die auch rot. Aber sie werden dunkel. Und das ist genau das, was ich jetzt mache, bewusst. Also ich war in meiner Art von 1974 sehr dunkel. Das ist die Antwort. Es gibt einfach das ewige Schulbeispiel für die Talentprobe an Kunstakademien und anderswo, ist Raphael. Raphaels Zeichnung, Raphaels Porträt, Raphaels Akte, so weiter, als Basis. Picasso ist es nie geworden, zum Beispiel Kandinsky auch nicht, sondern immer noch Raphael. Also es muss etwas geben, was einem Menschen befähigt, einem Kunststudenten befähigt, einem Gegenüber, ob das jetzt ein Porträt, ein Menschenaktenbaum, ein Stück, mit Hilfe eines Bleistiftes, mit wenigen Strichen erkennbar auf das Papier zu bringen. Und wenn ihm das gelingt und der Nachbar sagt, das ist Tante Hilse, dann hat er Talent. Und mir ist das nicht genug, weil ich den Versuch verweigert habe. Als die Wähler etwas von mir wollten, habe ich gesagt, nein, wie üblich, ich habe einfach immer reingesagt. Und dann habe ich genial gespielt und habe die Kalkatur gemacht. Und irgendwann, ich habe ja auch Geschwister, zum Beispiel habe ich eine Schwester und die kann das. Weil sie hat das ohne Bruch, ohne Ideologie, hat sie einfach so gut gezeigt, so gut sie konnte. Und sie konnte wunderbar, sie hat Talent. Und sie wäre nie auf die Idee gekommen, damit Bilder zu machen. Meine Tate Luise, Groß-Tate Luise, die hat Fotoapparat, weil man früher Reist hatte, weil man Silberstift, Papierblock und kleine Tafeln für Ölbilder, hat diese Ölbilder gemalt von allen Besichtigungsorten in Österreich oder am See, wo sie waren. Das ist auch Talent. Man kann es benutzen, aber es muss nicht sein. Wie wollen sie zum Beispiel überprüfen, ob ein Baby musikalisch ist? Die meisten Kinder, die Klavier spielen lernen, könnten Klavier spielen, aber scheitern vollständig, weil sie einfach schlecht spielen. Also das ist zum Beispiel so eine Idee. Einen zu entdecken, der fantastisch Klavier spielt, das kann man gar nicht über die Klavierstunde, sondern das muss anders gehen. Nun ist es aber üblich geworden, dass man das mit der Klavierstunde bei uns macht. Zum Bildermalen. Man kann sich alles antrainieren. Wirklich alles antrainieren. Ich habe gerade ein großes Erlebnis gehabt bei Andy Warhol, weil ich mich sehr damit beschäftige. Da gibt es einfach frühe Zeitungen von Andy Warhol. Und hätte ich auch mal zweifellos gehabt. Aber der hat alle technischen Hilfsmittel, die man eigentlich verbotenerweise als Nünster nicht benutzen darf oder benutzen. Also wenn ich in der Schule beim Zeichnen von Herbst drauf oder ein Blatt untergelegt hätte und das gleiche Zeitung hätte mit der Lehrerin, mit der Stock als Torte gegeben. Wenn ich ein Foto von meiner Schwester, sagen wir mal, nachkonturiert hätte, die ich es untergelegt hätte und das Blatt hier durchgepaust hätte, hätte ich auch einen drüber gegeben. Andy Warhol hat genau das gemacht. Der hat Foto genommen, hat die durchgepaust, hat sich polizieren und hat für diese Technik, war diese Zeichnung und war diese Traumhaft schon. Und hat ständig daran gearbeitet, wie er seinen Strich, seine Zeichnung entpersonalisiert. Also wie er sie, sagen wir mal, anonymisiert durch Druckfertigkeit. Also das widerspricht auch dem Talent. Allerwege, viele. Es ist vielleicht lustiger, ich bringe diese bekannten Beispiele. Also wirklich, ich hatte ein Besuch von einem, der den Kira Verlag machte, ich weiß den Namen nicht mehr. Ein Schweizer, vor 30 Jahren. Und wir haben in der Stadt, bei dem ich eine große Bibliothek stand, die Gassau in der Kreis. Und ich sage, ja, dieser Katalog, Avignon, Wachs-Palast, späte Picasso-Ausstellung, toll und so weiter. Er sagt, ja, wissen Sie, wie das war? Ich sage, keine Ahnung. Ich sage, keine Ahnung. Picasso war damals nicht sehr angesagt, das ist das heutigläufige Ort. Also er war sogar verachtet und verkündet. Über 40 Bilder der Stadt Avignon schenkt, die in dieser Ausstellung waren, die Stadt Avignon hat Nein gesagt. Richtig Nein gesagt. Und das ist doch irgendwie Irr oder sowas. Denn heute wird in dieselben Stadt natürlich vieles noch entgegen. Aber sie haben da was gehalten. Also so kann es dann einfach gehen, dass etwas, was ein Künstler sehr revolutionär, sehr progressiv vorangetrieben hat, irgendwann nicht mehr eingesagt hat. Das keiner mehr sehen will. Weil die Neugier und das Leben läuft eben anderswo an. Das hat mit der Qualität, die man bei Picasso sieht, überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt eben auch das Gegenbeispiel. Zum Beispiel Dix ist immer noch nicht schlüssig geklärt. Dix ist einer der größten oder der größte Künstler in Deutschland gewesen in den 10er oder 20er Jahren. Das weiß eigentlich jeder zum Bestand. Dann gab es diese furchtbare Nazi-Zeit. Dann hat er diesen mittelalterlichen, altdeutschen Bilder gemacht in Landschaften. Das ist schon sehr schwierig, aber es ist durchaus zu bestehen. Dann kam der Krieg, er als Künstler in die Gefangenschaft. Und dann gibt es aus der Gefangenschaft, von so schönen Gefangenschaft heraus, die ersten prima gemalten, dickfarbigen, pastellfarbenen, quatschigen, religiösen Bilder, sei es ein Porträt und so weiter. Und diese Bilder gelten allgemein als schlecht. Und das ist bis heute eigentlich auch eine Mauer, die keiner überklettert. Aber es gab ja nicht nur bei Dix, sondern bei den Malkünstlern in Deutschland haben wir in der sogenannten Nachtkriegsmalerei. Und die hat Dix dominiert. Das haben nur inzwischen alle vergessen. Also Dix war damals in den 50er Jahren der entscheidende Künstler, ich weiß es, weil er auch in Dresden an der Akademie war als Lehrer, der entscheidende Künstler für die deutsche Nachtkriegsmalerei. Also etwas muss ja an diesen Sachen sein, gewesen sein zumindest, die wir heute nicht mehr auch sehen und nicht mehr wissen. Denn der frühtigst dominiert. Wenn man das alles weiß als Künstler und eben darüber sinniert und analysiert und drammend hier vor, versucht man nicht, versucht dann irgendetwas dagegen zu machen, geht dieses Ganze. Und dann gibt es vielfältige Möglichkeiten. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus